dieser ford transit system steht hier zum verkauf drei personen haben in diesem weißen 5 thüringen bin platz der bin bietet zahlreiche ausstattungs details wie esp partikel filter tempomat bordcomputer elektrische fensterheber und vieles mehr das schaltgetriebe überträgt eine leistung von 125 ps der angegebene verbrauch des diesel beläuft sich auf 7,0 liter pro 100 kilometer der online preis des wagens beläuft sich auf 24.440 euro kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher autohaus kökler ständig 1000 ford auf lager größte auswahl bester preis so so